Nino D'Angelo zerreißt Schlagerboom mit Florian Silbereisen. Für D'Angelo sei bei den Vollplayback-Dabitungen und viel Feuerwerk nur heiße Loft herausgekommen, wie er auf Instagram mitteilt. Für ihn war nicht das Highlight des gemeinsamen Auftritts von Silbereisen und Beatrice Egli, 35, die gemeinsam weiter die Liebesgerüchte anheizten, sondern der Auftritt der österreichischen Schlagersängerin Melissa Naschenweng, 33. So schrieb D'Angelo in den sozialen Netzwerken, Melissa Naschenweng. You saved my life tonight. Sonst hätte ich jetzt fast noch zum Whisky gewechselt. Wie Schlagerprofis.de zuerst berichtet, wurde bei D'Angelo freundlich auf Instagram nachgehakt, er empfand die Show als schwach inszeniert und schrieb so viel möchte man fast nicht trinken, damit es besser wird. Mehr Details konnte der Schlagerlegende nicht entlockt werden.Florian Silbereisen, fiese Abrechnung von Nino D'Angelo. Sendung war grausam. Am 21. Oktober begeisterte Florian Silbereisen die Zuschauer mit dem Schlagerboom. Schlagerkolleg Nino D'Angelo zeigte sich hingegen wenig begeistert von der Show. Florian Silbereisen, Nino D'Angelo kritisiert Schlagerboom. Es war eine Show voller Emotionen, am 21. Oktober flimmerte in der ARD Florian Silbereisens, 42, Schlagerboom über die Mattscheiben, bei dem etliche Schlagerstars auf der Bühne standen und die Zuschauer begeisterten. Besonders emotional wurde es bei dem Auftritt von Michelle, 51, denn natürlich wurde auch ihr Karriere aus zum Thema. Showmaster Florian Silbereisen fand bewegende Worte für seine Musikkollegin. Doch nicht alle Zuschauer zeigten sich begeistert vom Schlagerboom, schon gar nicht Nino D'Angelo, 59. Sendung war grausam Punkt was Nino D'Angelo an Florian Silbereisen schon besonders störte, die angeblichen Playback-Auftritte, die seiner Meinung nach nur heiße Luft seien. Sein hier gleit beim Schlagerboom? Melissa Naschenweng, 33. Bei Instagram erklärte er, Melissa Naschenweng. You saved my life tonight. Sonst hätte ich jetzt fast noch zum Whisky gewechselt. Doch offenbar gefiel die öffentliche Kritik des Musikers nicht jedem Follower. Aus diesem Grund stimmt Menino in einem weiteren Post dann überraschend positive Worte an und erklärte, was für ein sensationeller Schlagerboom gestern Abend. Ich bin immer noch geflasht. Einfach nur mega. Dass er diese Aussage aber nicht ganz ernst meinte, zeigte der 59-Jährige dann in den Kommentaren, besser so? Fragte er seine Follower. Weiter erklärte er dann, die Sendung gestern war grausam, dazu stehe ich. Autsch! Was wohl Florian Silbereisen zu der Kritik seines Kollegen sagt.